so moin moin leute zu einer weiteren aufnahme pvp action ich bin auch da ja der cookie ist auch da wie immer am start und wir spielen trouble in mineville und ich habe holschwert junge ich bin harter gangster oder hoher betreibt doch nicht so und ich bin ein detektiv genau 30 sunden bevor es entschieden wird ja man ich habe es drauf ja genau ich habe ein holschwert du hast es drauf ich habe ein holschwert alter ich habe lieber ein holschwert als ich das was ich es drauf habe da habe ich liebereter okay guy und ich bin innocent ja me too killing random players were resulting penalties against a day admin d bmwb schuld sch特 wason asked about not to wish you are for trouble and we could have been renderings chillin hoh 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 Alter läuft bei dir Oder war das auf Hive? Ah, ich will eh krass Nein, ich bin tot! Weil er mich gesehen hat, Alter ich war Traitor Ah, der Typ ist Traitor, der Typ ist Fixed Traitor Ja, ich hab einen Traitor gekillt Ja? Warte ich. Warte zu dir. Ja! I'm Boss Ich hab einen Traitor gekillt, ja! Wow, lord. Das ist Inno, das ist Inno. Es geht noch weiter? Ja. Das ist aus. Lol. Ja, ich war schon Feuerwerker, Alter. Ich dachte, das ist aus. Nein, nein, nur der einer hat Feuerwerker gezündet. Kann man ihn jetzt machen. Warum hat mich der Typ gekillt? Der unnötige innocentig hat einen Traitor gekillt. Das hättest du doch sehen können. Keine Ahnung. Okay, dann machen wir nochmal eine Aufnahme. Die waren ein bisschen kurz. Alter, ich hab jetzt sogar wieder mal mehr als null Karma. Ja? Ich hab eben 200 noch was. Okay, bis gleich. So, wir kommen zurück. Äh, ich bin... Oh, du hast mir meine Kiste geklaut. Huh? Ich hab... Nur noch Bogen, Leute. Nur noch Bogen, dann bin ich. Huh? So spät. Ich hab Sprintpack. Oh man, ich hab Sprintpack. Das ist ja echt cool. Nein, die Kiste gehört mir, du unnötiges Kind. Okay, vielfältig. Du unnötiges Kind. Also, ich hab sowieso schon alles. Sie sind noch 15 Kisten vor mir. Ja. Ja, Mann, Holzschwert. Bester Mann. Ja, Alter. Ja, Mann, ich hab Enderschwert. Äh, Enderschwert. Äh, Enderschwert. Enderschwert auch. Ich hab Einzelpferd gefunden. Enderschwert. Was du... Digga, ich hab... Was los? Ich hab Enderschwert. Was los? Habe Enderschwert. Kann teleportieren. 3AB nicht. Nein, nein. Ich will es haben. Ich will es haben. Da bis zu unten. Ich werd bestimmt wieder random geteilt. Nein, ich hab's nicht. You were innocent. Oh, man. Fade out who the Traitors. Äh, 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 präfüller. Penalties. Ich bin Inno. Ja, 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 du hast das nicht am Anfang gesagt, kleiner Traitor. Doch, ich bin ein Traitor. Egal, ich bin Inno. Ja, ja. Ja, ja. Nein, oh. Oh. Ich bin runtergefallen. Oh, mein Gott, war das knapp. Also, das ist ein Traitor. Einfach, das gilt mich einfach. Oder mal, wenn er in einem Killer kommt, das fern. Also, Herzklopfen. Nein! Alter, ich fahr immer an der glückten Stelle runter. Wie schwul ist das denn? Oh. Okay, ich bin ein Tor. Steht da noch einer? Nein. Nein. Äh, also, was kommt... Was kommt irgendwie in einer anderen Lobby als ich? Nein, nein. Na, ich bin doch schon tot. Wie jetzt? Egal. Hm, okay, hier sind ein paar Traitor. Bei denen kann ich mich hinschillen. Aber ich war kein Traitor bis dahinter. Das war so logisch. Ja, ich bin ein kleiner Traitor. Kleiner Traitor. Oh, hier haben wir eine Kiste gefunden. Mit einem Steinschwert. Jawoll. So. So macht der Papa das. Okay, da schwuchteln sich zwei Innocents nebeneinander. Oh, hier ist der Zombie. Der macht voll Disco-Party. Ich hab den mal runtergeschubst. So, was sind denn hier die Innos? Da ist schon mal keiner. Okay, ich versuch den mal zu töten. Oh, der hat ein Eisenschwert. Warte. Mein Handy. Nein, mein Communicator, weißt du. BAM. Mit dem Bogen weggesniped, alter. Nice. Nice kill. Ich hab den einfach mit dem Bogen weggesniped. Obwohl ich gar nicht so gut bin. Okay. Cookie ist wahrscheinlich... Sturm geschaltet, weil der wie immer... Nein, 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 bin ich nicht. Gut. Bin ich jetzt der einzige hier? Bin ich der einzige Traitor jetzt? Ne, ne? Bitte nicht. Darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock jetzt. Das wäre schon... Ne, bin ich nicht. Zum Glück. Oh, gut. Hier sind noch... Hier sind noch mehrere. Oh, zum Glück. Help me, help. Da ist einer. Oh, Alter, sind hier viele. Oh, 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 oh. Ich muss mir hier einen, der alleine ist. Läuft. Was sind hier die Gegner? Alter, ich bin hier, glaube ich, der einzige Gegner. Wie not enough points Deine Oma Alter, ich bin glaube ich der einzige Alter, ich bin der einzige Traitor Was soll ich machen? Ja Benutzt den Badboy-Modus Nee, warte, ist das Copyright Entschuldigung, ist das Copyright Mach's wie Baywatch, komm mit Zeit, Luca Weißt du, was ich an Baywatch nicht verstehe? Alter, die rennen in einer Geschwindigkeit von Was weiß ich 0,05 kmh und die kommen immer rechtzeitig Mit ihren Alter, da war mal Bei, ich glaube bei 11.11 hat der Scheiß geheißen War mal so eine richtig geile Parodie von Dings, von Baywatch Die kommen einfach mit der Musik angelaufen Sie haben die Lebensräder rechnen, sie waren immer viel zu langsam Weil sie von der Zeitlupe gelaufen sind Alter Alter Challenge accepted Fuck, fuck, no, 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 no So spät? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Fuck, die Henne Okay, ich bin tot Nein War mal eine schöne Folge Äh, Runde Aber ich will jetzt auch mal Inno sein Ich will mal auch Fightern Okay, dann Hoffentlich werde ich mal gleich in der nächsten Runde Inno Hey Leute Kroki ist hier in SEO Und jetzt schlagt mal eure Hand in den Monitor Verbrennt zu euch und verklagt diesen Scheiß-Surf in diesen verdammten Scheiß-Spielmodus Alter, ich hasse es Sehr gut Ich hasse Hype Und ich bin grad schistig Das ist nicht gut anzusehen Das gefällt mir nicht Ich habe ein Holzschwert Gar nicht Er hat gar nichts Er hat gar nichts Ja, ich habe ein Steinschwert Das ist Das ist wissenschaftlicher Fortschritt Und er ist ein Bogen Das erhöht unsere Weitschussgönste Ok, jetzt bin ich aber Inno Ich schwör auf meinen auch in offensichtlich der rheinland player für der reich auf dem bernert der wund sowas oder nicht mehr an den fallen lassen okay ja ich wollte ja wenn ich mir machen ja ich hab nichts zum killen und die wir uns in der tatsache also was ich mit dir was ich mit euch wo bist du okay so ist ein typisch wenn im kühler Ja, wir machen jetzt Fernsehen und killen, aber ich hab halt kein Schwert. Und das ist ein bisschen doof. Okay, ich geh weg von ihm. Ich kille, ich kille, wenn er anders fährt. Geh mal zum Tester. Oh, das hier in dem Haus ist, da drin ist der Tester. Ja, wohin der Fall zeigt. Ne? So, schlau mal, Junge. Ah ja, da bist du, da bist du. Alter, nee, sie erschlagen wieder mich, obwohl ich zuerst geschlagen wurde. Ja, ich hab... Alter, das ist ein Traitor. Ja, ich hab ihn getötet. Ja, aber Traitor. Jawohl, ich hab ihn gerät. Der unnötige Traitor. Oh, der verfolgt nicht. Oh, der verfolgt nicht. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Alter, der ist doch schwul. Der ist doch stockschwul. Das hab ich gesehen. So, ich hab genug von... Oh, nein. Jetzt hab ich jetzt mal in deinem Hettet ausgesteckt. Ja, ich hab genug von diesem Spielbuch. Der macht aggressiv. Aggressiv. Das hat er in der Tester weggeschmissen. Egal, das war nur das Spielgerät. Okay, das war's von diesem Kackspielmodus. Ich spiel den nie wieder. Ja, ich auch nicht. Ja, das war ja meine letzte Aufnahme Trouble in Meinville. Aber ich hoffe mal, ich zock nochmal TTT auf dem Comic-Server, wenn er mal für Nicht-Premiums rauskommt. Das wär cool. Dann zockst du mit, oder? Vielleicht. Und was ich noch kurz erwähnen wollte, ich hab jetzt 21 Abonnenten. Also ich hab jetzt 20 Abonnenten geknackt, das ist ganz cool. Und natürlich mach ich Abonnenten-Special. Special. Aber ich weiß halt noch nicht was. Weil ich halt schon was für das 100. Video auf meinem Kanal geplant hab. Und da wird jetzt das 20 Abonnenten-Special ein bisschen blöd sein. Also mal gucken, was ich da machen werde. Ne? Gell? Ui. Okay, aber ich sag, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Sau. Tschüss. пер